Der Oktopus von Laura Stüdemann Der Oktopus schrieb die Geschichte nieder, tintende Worte, die ihm der Wind in einer tosenden Umarmung entgegenschlug. Niemand wusste, was diese Worte in sich trugen. Keiner brach den Schwur des Zauberhaften. So schaukelte die Flaschenpost auf den Wogen der Welt an Orte nimmermüden Staunens. Um den Keimling des Obskuren an die Ufer zu tragen. Wurzelnde Laute, fliegende Freude, verzehrende Verzweiflung. Nimm die Stimmgabel vom Klang hinfort und setz sie auf den goldenen Thron des höchsten Gipfels. Küss sie und leite so den Sternenklang in moosweicher Wohligkeit ein, auf das das mitternachtsblaue Gestirn sich zur Ruhe spanne. Es geht dem Gedicht für mich genau wie mir. Mit meinen Bildern nicht um das Ausdrücken einer inhaltlichen performativen Nachricht. Die Worte des Gedichtes stehen für mich nicht in einer Art und Weise angeordnet, dass sie bestimmte Themen transportieren, sondern es geht mehr um die Emotionen, die ausgelöst werden. Nicht durch die Wortwahl, sondern durch die Stellung der Buchstaben und der Worte auf einer Ebene, die vielleicht gar nicht so richtig benennbar ist, weil es wahrscheinlich weniger Grundlage für eine Reflexion bietet als ein tatsächliches emotionales Wahrnehmen der Worte. Und ebenso geht es mir mit den Bildern dieser Reihe und darum setze ich das Gedicht, einzelne Teile des Gedichts oder einzelne Worte auch, setze ich um und verwende sie für bestimmte Zwecke und benutze sie sozusagen als Medium, um in der Konglomeration mit den Farben und den Formen das auszudrücken, was das Gedicht von Frau Stüdemann und ich auch auf jeweils unsere eigenen Art und Weisen beabsichtigen. Also mein Arbeiten ist sehr intuitiv und ja, es steht sozusagen überall an den Bildern auch dran, Mixed Media, weil es kann auch einfach mal passieren, dass eben das Kaffee auf den Leinwänden wiederfindet oder Rotwein oder bei all den Bildern ist auch Reisleim, also sozusagen aus Reis selber gekochtes Material und Dinge, die sich einfach finden, so auch im Alltag. Wenn ich durch die Straßen laufe, habe ich irgendwie immer dann, wenn ich zurückkomme, was in meiner Jackentasche, irgendwelche Schnipsel, die ich finde, Papier, was irgendwo auf der Straße rumliegt, wo Leute irgendwie tagelang drauf rumtreten und dann durch die, könnte man sagen, zufällige Bearbeitung, sich einfach Strukturen darauf bilden oder Plakate, die vom Wetter verändert werden und dann einfach ich da Sachen rausnehme, sowas findet sich häufig in den Arbeiten auch wieder. Also ich sehe da wenig Grenzen in der Verwendung der Materialien. Sachen, die auf Leinwänden passieren, das bietet die Möglichkeit, dass sozusagen auch chemische Prozesse eine Rolle spielen, weil durch verschiedene Chemikalien die Farben sich verändern in ihrer Struktur oder gerade dann erst in den Farben Strukturen entstehen, die so natürlich irgendwie sind oder organisch, was viel auch zusammenhängt mit, genau, Einsatz von verschiedenen Chemikalien, mit Raumtemperatur auch. Hauptsächlich farbige Dinge sind, also Acrylfarben und da auch zu experimentieren, mit welchen Medien sind die veränderbar, kombinierbar, also die Acrylfarbe, wie weit kann man die verdünnen, was passiert dann, also dass sozusagen das Bindemittel aus der Farbe rausgewaschen wird und die Farbe, die Pigmente schwierig haben zum Beispiel zu haften und was passiert dann dadurch wieder an neuer Farbigkeit, wenn die Struktur, die darunter liegt, wieder vortritt oder wenn durch das Aufbringen von der Chemikalie wieder was verschwindet oder sich verändert. Das ist auf jeden Fall im Experimentieren, was einfach dabei passiert und dann sozusagen durch die die manchmal nahezu unvorhersehbaren Ergebnisse auch in Reagieren. Also es ist immer so ein Wechselspiel aus Agieren und Reagieren. Ich tue was, ich bringe was auf und es verändert sich und es gibt irgendein Ergebnis und das ist dann wiederum zu beeinflussen und darauf zu reagieren, wiederum mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten. Also Hitze, Kälte, Chemikalien, also manche Leiden mindestens hinten dran sehen aus wie verbrannt, weil einfach sozusagen ich mit Hitze versuche oder genau dann verschiedene Prozesse in Gang zu bringen und dann wieder darüber arbeite und wieder darüber arbeite und bis das da ist, was irgendwas auslöst in mir, so was mir irgendwas gibt. Und das ist auch interessant, weil es sozusagen nicht so ist, obwohl das bei vielen Bildern schon eher auch gedeckte Farben sind, Pastelltöne, gibt es auch Sachen, die eigentlich ziemlich grell sind und ziemlich farbig sind, aber dennoch irgendwie nicht bunt werden, so was möglicherweise auch so eine Emotionalität zugrunde liegen hat. Die glaube ich schon noch einfach einen Einfluss da, also insgesamt das Gefühl, was du hast beim Produzieren, beim Malen, beim Tun wirkt sich einfach aus auf das, was letztlich dann auf der Leinwand steht und das ist eher, würde ich behaupten, eher ein melancholisches Gefühl bei mir und ich denke, dass ja auch dieses Gefühl, was ich dabei habe beim Produzieren, sich einfach dann auch widerspiegelt und dass es manchmal gar nicht so richtig erklärbar ist, warum jetzt diese mega grellen Dinge vielleicht doch eher dieses melancholische Gefühl rüberbringen, einfach weil es im Schaffungsprozess einfach dabei war oder ist. Ich denke, dass das vielleicht eine Komponente ist, die meine Bilder beinhalten, die Möglichkeit, sie als Eintrittskarte zu verwenden oder als Fenster zum Rausschauen aus allem. und rein in eine andere Welt, was zauberhaft ist. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es schön ist. Die ausgelösten Emotionen können auch verstörend sein, beängstigend zum Beispiel. Aber ich erhoffe, dass sie auch, wie auch immer sie sich anfühlen, diese Emotionen, dass sie in irgendeiner Weise klärend sind. Also das etwas Aufklaren oder beim Aufklaren helfen. Was mich aber besonders bewegt, ist Menschen zu beobachten, die sich beim Betrachten meiner Bilder unbeobachtet fühlen. Und sich hinein zu fühlen und zu interpretieren, was möglicherweise im Dialog zwischen dem Menschen und dem Bild gerade passiert. Und welche der Emotionen gerade angesprochen werden. Ob sie vielleicht gerade im Gespräch sind, auch mit sich selber. Ob meine Bilder quasi dazu beitragen, vielleicht an Punkten weiterzukommen, vielleicht Dinge neu zu reflektieren. Ob die Formen und Farben der Balztanz von Ordnung und Chaos mehr bewegt, als nur die Augen. Begrüß. Untertitelung des ZDF, 2020